Freunde, ich hab's eigentlich gefunden. Ich wollte ja immer ein Handy für den Volker ihm geben. Einfach so aus Spaß an der Freude. Ich hab gesucht, wie blöd ich wusste, ich hab hier irgendwo noch ein Handy, ein vernünftiges, mit Internet und allem und ich hab's echt jetzt gefunden. Ich bin so froh guckt. Genial. Ha, mit E, das hat echt Internet, also super Darstellung von den Farben, das ist echt spitze, das funktioniert, das ist das Wichtigste, es funktioniert.